Herzlich willkommen auf Auswanderbucht. Ich bin Alexander und heute gibt es ein spannendes Video zu Uruguay. Viel Spaß! Uruguay ist eines der kleinsten Länder in Südamerika. Es liegt zwischen Brasilien und Argentinien an der Küste des Atlantiks. Es ist Mitglied des Mercosur. Andere Mitglieder des Mercosur sind Paraguay, Argentinien und Brasilien. Der Mercosur ist zu vergleichen so ähnlich wie die Europäische Union, nur halb für Südamerika. Uruguay ist mit Chile so die vergleichbarsten Länder, die man so mit europäischen Standards vergleichen kann in Südamerika. Dies hängt vor allem davon ab, dass es ziemlich viele europäische Auswanderer gab, die nach Uruguay gingen. Uruguay ist ein sehr katholisches geprägtes Land und erst 1916 wurde die Kirche vom Staat getrennt. Die Hauptstadt von Uruguay ist Montevideo und Uruguay hat ungefähr 3,5 Millionen Einwohner. Das entspricht ungefähr Berlin. Also im Endeffekt Uruguay ist so viele Einwohner wie Berlin. Das ist eigentlich ziemlich wenig, aber sehr eindrucksvoll als Beispiel. In Uruguay wird mit dem Uruguayischen Peso bezahlt und Spanisch ist die Amtssprache. Kommen wir nun zur Hauptstadt von Uruguay, Montevideo. Ein Drittel der gesamten Bevölkerung von Uruguay lebt in Montevideo. Die Stadt verfügt über 1,3 Millionen Einwohner. Das zeigt schon einmal oder weist einem darauf hin, dass Montevideo unstrittig als das Zentrum von Uruguay gilt. Zumal die Regierung auch dort ihren Sitz hat, also die ganzen Regierungsorgane, als auch kulturell. Zum Beispiel gibt es in Montevideo das zweitgrößte Theater in ganz Südamerika und auch sehr viel zu entdecken. Montevideo gilt als eine der sichersten Städte mit einer der höchsten Lebensqualität in ganz Südamerika. Das liegt vor allem daran, dass sehr viele Europäer damals nach Montevideo ausgewandert sind und heute noch immer sehr viele Europäer nach Montevideo zieht. Allerdings natürlich gibt es einige Viertel in Montevideo, die man auf keinen Fall betreten sollte oder höchstens nur dann, wenn man den Nervenkitzel mag. Also im Endeffekt, man sollte die Viertel einfach nicht betreten, weil es einige Slums dort leider gibt. Noch immer. Kommen wir nun zu den Vor- und Nachteilen einer Auswanderung an eines Lebens in Uruguay. Zuerst zu den Vorteilen. Eine der Vorteile von Uruguay ist, dass es über eine, im Vergleich zu anderen Ländern von Südamerika, recht gute Infrastruktur verfügt. Es gibt einige asphaltierte Straßen, es gibt einige Seehäfen und natürlich auch einen internationalen Flughafen in der Hauptstadt. Von dort aus kann man ziemlich viele Ziele in der Welt erreichen. Desweiten verfügt Uruguay unstrittig über eine wunderschöne Landschaft, auch wenn diese recht flach ist, aber dennoch über eine sehr schöne Landschaft und gerade die Küste lädt sehr ein zum Verweilen und zum Betrachten und es ist wunderschön, dort entlangzufahren. Uruguay gilt auch im Vergleich zu den anderen südamerikanischen Ländern als eines der sichersten. Es ist auch eines der europästen, geprägten von denen und die geografische Lage zwischen Argentinien und Brasilien, den beiden Machtblöcken Südamerikas genau dazwischen, ist auch ziemlich gut, weil damit auch Handel nach Brasilien als auch nach Argentinien betrieben werden kann. Kommen wir nun aber auch zu Nachteilen. Diese gibt es leider auch. Zu einem die Bürokratie. Diese kann genauso nervig und lang sein, langatmig wie in Deutschland. Auch eine Sprachbarriere. Unstrittig sollte man in Uruguay definitiv Spanisch erlernen. Deutsch sprechen nur leider einige wenige der deutschen Minderheit oder deutsche Touristen, aber es sind sehr wenige. Englisch sprechen schon mehr Leute, gerade die jüngere Bevölkerung, vor allem in Uruguay im Vergleich zu den anderen südamerikanischen Ländern, aber dennoch leider nicht jeder und man sollte sich nicht nur aufs Englische verlassen. Wenn man wirklich nach Uruguay auswandern will oder dort langfristig leben will oder auch die Kultur verstehen will, dann führt kein Weg drumherum, Spanisch zu lernen. Aber dazu zur spanischen Sprache und wie man es erlernt, komme ich in diesem Video noch. Ein anderer Nachteil ist auch die Armut. Leider gibt es in Uruguay auch Armut. Wie ich vorhin schon erwähnt hatte in Montevideo, wo es einige Viertel gibt, wo man nicht hingehen sollte, gibt es leider auch einige Aliensviertel in Uruguay und leider auch viel Armut, die man bekämpfen sollte. Des Weiteren sind die Gehälter in Uruguay auch wesentlich niedriger als in Deutschland. Natürlich muss man vergleichen, es wird mit dem uruguayischen Peso bezahlt, es gibt andere Lebensstandards und die Lebenspreise sind auch niedriger in Deutschland, deswegen gleicht es sich schnell wieder ein wenig aus, aber de facto im Endeffekt verdient man meistens viel weniger Geld als in Deutschland. Kommen wir nun zu wissen, werdet es zu Uruguay. In Südamerika, vor allem auch in Uruguay, wird sehr gerne häufig Mate getrunken. Ich habe extra dafür aus meiner letzten Südamerika-Reise etwas mitgebracht. Und zwar zu einem diese wunderschöne Guampa und dieses Gefäß verwendet man, um daraus Mate zu trinken. Und ich habe eine zweite wunderschöne Sache für euch mitgebracht, die dazugehörige Thermoskanne. Und zwar ist es so, in Uruguay oder auch in anderen Ländern, ich selbst kenne es aus Paraguay, die Leute sitzen meistens zusammen, gesellig und reichen dann gegeneinander, also gegenüber dann sozusagen die Guampa herum und dann trinkt man daraus, erzählt miteinander, macht auch oft Pause und dann, wie gesagt, also oft in Pausen, wenn man die macht, trinkt man dann im Prinzip daraus. Und in Uruguay halt auch Mate-Tee. Des Weiteren wird gerne in Uruguay Asado gegessen. Das ist ein Fleisch und das schmeckt sehr gut, ich habe es schon selbst gegessen und sehr empfehlenswert. Deswegen Uruguay ist auch sehr bekannt für die ganzen Rinder und die ganzen Steaks, die man dort essen kann. Ebenfalls, was viele nicht wissen, in Uruguay gibt es auch Wein. Also nicht nur in der Pfalz oder in der Toskana, sondern auch in Uruguay könnt ihr guten Wein trinken und genießen. Ein weiterer wissenswerter Fakt über Uruguay ist, Uruguay ist der erste Fußball-Weltmeister, den es gab. 1930 bei der ersten Fußball-Weltmeisterschaft in Montevideo, in Uruguay, gewann Uruguay 4 zu 2 im Finale gegen Argentinien. Und die vierte Weltmeisterschaft, der Fußball-Weltmeisterschaft, hat Uruguay auch gewinnen können gegen Brasilien. Brasilien ist von diesen Partien noch immer traumatisiert bis heute. Deswegen Uruguay ist zweifacher Weltmeister im Fußball. Viele erahnen das nicht, auch wenn die mittlerweile auch guten Fußball spielen, aber sie haben den ersten und das vierte Turnier gewonnen. Des Weiteren ist ähnlich wie in Brasilien der Karneval eine recht große Bedeutung in Uruguay. Viele Leute feiern den und es ist definitiv sehenswert. Kommen wir nun zum sehr spannenden Thema, gerade für die jüngeren Zuschauer unter uns, ein Studium in Uruguay. Das ist leider ein Land, das nicht so bekannt dafür ist, dass Leute ins Auslandssemester gehen, aber die wenigen Leute, die nach Uruguay gehen, die haben definitiv sehr lebenswerte und sehr tolle Erfahrungen, die sie dort absolvieren können. Wichtig für ein Studium in Uruguay ist, dass man sich rechtzeitig hinsetzt, alle Fristen aufschreibt, bis wann wo welches Dokument organisiert werden muss und vor allem auch, dass die Sprachfähigkeiten dann vorliegen und dass die benötigten Sprachzertifikate von der Wunschuniversität aus Uruguay vorliegen. Und zwar sollte man meistens Spanisch und oder Englisch können. Also manche Universitäten verlangen für ein Studienfach nur Englisch, manche nur Spanisch, manche beides. Aber empfehlenswert ist, dass man über beide Sprachen auf jeden Fall Kenntnisse hat und welche Fähigkeiten man dazu mitbringen soll, das erfährt ihr dann von eurer Wunschuniversität. Wir haben zu diesen einzelnen Sprachzertifikaten mehr auf marktwissen.net in unserem Artikel geschrieben. Dort könnt ihr raufgehen und euch mehr dazu informieren. In Uruguay gibt es sowohl staatliche als auch private Universitäten. Die meisten Universitäten sind logischerweise in Montevideo und eine staatliche Universität in Uruguay kommt eigentlich einer privaten auch vom Niveau her gleich. Auch natürlich hat eine private Universität ihre Vorteile, wie auch in Deutschland. Aber für ein Auslandsstudium reicht auch eine staatliche Universität in Uruguay völlig aus. Kommen wir jetzt nun zu Uruguay für Unternehmer. Uruguay kann für Unternehmer sehr interessant sein. Die Steuern in Uruguay sind grundsätzlich geringer als in Deutschland. Zwar sind die Steuern durch die linke Regierung der Frente Amplio angehoben worden, aber dennoch sind die Steuern niedriger als in Deutschland. Uruguay verfügt als Pluspunkte über eine sehr gute Infrastruktur im Vergleich zu anderen südamerikanischen Ländern, über eine hohe Bildungsquote. Also die Leute in Uruguay verfügen über ein recht gutes Schulwesen und die Bildungsquote ist im Vergleich zu Südamerika natürlich gesehen höher. Und des Weiteren ist Uruguay sozusagen das Mekka der Tech-Szene geworden oder ein kleines Mekka, ziemlich viele Leute der Tech-Szene zieht es nach Uruguay. Uruguay verfügt über sehr fruchtbare Böden, ist gut für die Landwirtschaft, hat sehr viel Wasser, Wasserreichsland, wie ich schon gesagt hatte, und die Sojabohnen, Soja-Industrie kann dort gut Fuß fassen. Uruguay ist aber auch etwas für Selbstständige. Gerade in Montevideo, in der Hauptstadt, und in der Zugkraft des wirtschaftlichen Wachstums von Uruguay ist es gut, wenn man ein Unternehmen gründen möchte oder es ist empfehlenswert, wenn man ein Unternehmen gründen möchte. Grundsätzlich ist es von den Steuern her gesehen, in Uruguay günstiger ein Unternehmen zu gründen und es ist auch im Endeffekt auch ein paar weniger Startkapital hierfür. Und die Video bietet auch über viel Lebensqualität. Wenn Sie ein Unternehmen in Uruguay gründen wollen oder selbstständig werden möchten, ist es unbedingt empfehlenswert, einen deutschsprachigen uruguayischen Anwalt zu konsultieren. Vor allem die deutschsprachigen in dem Sinne, da hier die Sprachbarriere einfacher ist, mit dem zu kommunizieren. Ein Anwalt ist unerlässlich. Auch wenn ein Anwalt anfangs mehr kosten würde oder mehr kostet, ist es dennoch gut investiertes Geld. Es ist definitiv billiger. Man investiert lieber vom Anwalt mehr Geld für einen guten Anwalt, als wenn man dann nachher sehr viel Zeit und Energie in welche Prozesse investieren muss und in Fehlern, die einfach so nicht begangen worden wären. Deswegen ist es sehr empfehlenswert, wenn man einen am besten deutschsprachigen, guten Anwalt in Uruguay konsultiert. Nicht nur Unternehmer und Selbstständige zieht es nach Uruguay oder auch Studenten, sondern es gibt auch die Beamten. Hierbei gibt es die sehr attraktive und die schöne Möglichkeit, sich ins Ausland versetzen zu lassen. Zum Beispiel ein Lehrer. Wenn Sie Lehrer in Deutschland sind und schon immer mal das Fernweh hatten oder etwas Neues ausprobieren wollten, dann gibt es die Möglichkeit, sich nach Uruguay versetzen zu lassen. In Uruguay gibt es auch einige deutsche Schulen und hier passt es auch perfekt, wenn man dort sozusagen arbeitet und dann die südamerikanische Lebensmanitalität genießen kann. Für weiteres aber hierzu sollten Sie sich am besten bei der zuständigen Stelle in Deutschland wenden. Kommen wir nun zum Thema Minderheit der Deutschen in Uruguay. In Uruguay lebt noch eine deutsche Minderheit noch heutzutage. Das kommt daher, dass im 19. und im 20. Jahrhundert aber auch heutzutage noch immer einige deutschstämmige nach Uruguay ausgewandert sind. Daher können in Uruguay, wie ich schon erwähnt hatte, deutsche Schulen gefunden werden, das Goethe-Institut und von den Zahlen her, von der offiziellen Zahl der deutschen Bundesregierung, Bundesdrucksache Nummer 19 27061 vom 3. März 2021, das könnt ihr auch aufrufen, gibt es in den geschätzten Uruguay ungefähr 30.000 bis 40.000 deutschstämmige. So wir besitzen ungefähr geschätzt 10.000 Leute die deutsche Staatsangehörigkeit. Uruguay ist aber auch etwas für Rentner und allgemein Leute, die ihren Lebensabend im schönen Warmen verbringen wollen. Uruguay bietet daher vor allem Leuten, die ein warmes Klima mögen, die niedrige Lebensunterhaltungskosten mögen, die eine gewisse Art von Lebensqualität mögen und dennoch auch weg von Europa wollen einerseits, also etwas nach Südamerika, neue Sachen austesten und ihren Abend dort verbringen, aber andererseits auch etwas Europäisches noch immer haben wollen, von europäischen Verhältnissen, ist Uruguay halt perfekt, weil vor allem auch Montevideo, da diese Stadt sehr europäisch geprägt wurde. Dennoch sollten Sie unbedingt, bevor Sie wirklich auswandern oder planen auszuwandern, mindestens einmal vorher als Tourist, jetzt unabhängig, ob Sie planen, Ihren Lebensabend in Uruguay zu verbringen oder generell auszuwandern, sollen Sie mindestens einmal vorher nach Uruguay als Tourist einreisen und sich alles anschauen. Vor allem natürlich die Hauptstadt, aber auch die anderen Landesteile, gerade auch kleine Städte, wenn es Ihnen dorthin verzieht, hin verschlägt, weil es extrem wichtig ist, so einen eigenen Eindruck zu machen, weil es mag zwar sein, dass Sie vielleicht jetzt denken, Uruguay, boah, perfekt, da möchte ich hin, da möchte ich leben, aber wenn Sie dann dort sind, sind Sie schockiert, deswegen fahren Sie persönlich dorthin, machen Sie die ersten persönlichen Eindrücke und dann, wenn das passt, dann wandern Sie nach Uruguay aus. Kommen wir nun zu Visum und Einreisen nach Uruguay. Grundsätzlich kann jeder deutscher Staatsbürger mit seinem Personalausweis für bis zu 90 Tage als Tourist einreisen. Allerdings müssen Sie hierbei die aktuellen geltenden Einreiseverordnungen beachten, diese finden Sie auf dem Auswärtigen Amt, und lesen Sie bitte diese grundsätzlich vorher durch und damit Sie sich auch danach richten können. Wie ich schon erwähnt hatte, sollte man, wenn man nach Uruguay geht, gerade für längere Zeit als Nicht-Tourist und wenn man nicht in touristischen Zonen sich aufhalten möchte, unbedingt die Spanischsprache erlernen. Aber dies ist möglich und mit genug Disziplin und Durchhaltewille schafft das eigentlich fast jeder. Ich selbst leine aktuell selbst Spanisch, deswegen weiß ich, wovon ich in diesem Falle sprechen kann. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Spanisch zu erlernen. Zu einem gibt es Sprachlern-Apps und Sprachlern-Programme wie unter anderem Jimlisch, Bosu, Babel, Rosetta Stone. Also gibt es wirklich die große, breite Palette. Weitere finden Sie dann unten in der Beschreibung, wenn Sie auf unsere Homepage gehen oder wenn Sie direkt marktwissen.net eingeben. Eine andere Möglichkeit gibt es noch zusätzlich, auch analoge Artenweise Spanisch zu erlernen, mache ich auch noch zusätzlich. Wenn Sie zum Beispiel auf Amazon, wir haben unten ein paar Empfehlungen, die habe ich selbst zusammengestellt, mit denen ich selbst gut lernen kann, also sind auch erprobt durch mich, einige Empfehlungen von Büchern und Lektüren und Übungsheften reingestellt, womit Sie auch Spanisch dann wirklich auch analoge Weise lernen können. Der Vorteil dieser beiden Möglichkeiten ist es, dass Sie gerade, wenn Sie zum Beispiel auf den Bus warten, beim Arzt im Wartezimmer sind oder sonst wo oder gerade mal fünf Minuten, zehn Minuten wo frei haben, dass Sie dann einfach hinsetzen können und lernen können. Und wichtig ist es bei Sprachen vor allem, dass man kontinuierlich jeden Tag zehn Minuten macht. Auch wenn es nur zehn Minuten sind, ist natürlich der Sprachlern Tempo niedriger, aber das Wichtige ist, dass man wirklich regelmäßig das macht. Eine weitere Möglichkeit ist, es gibt an einigen Volkshochschulen in Deutschland oder ich glaube auch an vielen Volkshochschulen in Deutschland die Möglichkeit, Spanisch zu erlernen, so wie an einigen Universitäten. Der Vorteil dieses Sprachkurse ist, dass man so direkt das Hören als auch das Sprechen üben kann. Natürlich gibt es auch noch eine zahlreiche weitere private Anbieter und vor allem auch Anbieter im spanischsprachigen Ausland, sei es Spanien als auch Südamerika, Uruguay, Paraguay, Argentinien. Und der Vorteil gerade hierbei ist es, dass man direkt vor Ort ist. Das heißt, das, was man in der Sprachschule erlernt, kann man direkt dann danach am Abend zum Beispiel an der Bar ausprobieren oder im Restaurant. Und das hat den Vorteil, dass man dadurch viel schneller und effektiver lernen kann. Allerdings kostet es natürlich auch das mehr Geld, aber dafür können Sie sich zum Beispiel Bildungsurlaub nehmen. Je nach Bundesland gibt es eine Möglichkeit, unterschiedliche Anzahl von Tagen Bildungsurlaub zu beantragen. Für weiteres hierzu sollten Sie sich an Ihren Arbeitgeber oder an die zuständige Stelle bei Ihrem Bundesland wenden. Eine weitere Möglichkeit, Spanisch zu lernen, was ich auch nutze, ist es, einen Tandempartner zu finden. Jemand, der zum Beispiel Deutsch lernen möchte oder halt generell Spaß dabei hat, jemandem Spanisch beizubringen und wenn man selbst dann sozusagen Deutsch kann als Muttersprache und Spanisch lernen will, kann sich dann beide Seiten zusammenschließen und dann kann man entweder online, digital oder noch besser, wenn man sich persönlich trifft und das übt, aber digital geht es auch problemlos mit den ganzen Programmen, die man hat, wie Big Blue Barton, Zoom, Microsoft Teams, dass man zusammensitzt und lernt. Das hat einen Vorteil, dass man so wirklich effektiv das Lesen, also nicht das Lesen, das Sprechen und Verstehen übt. Natürlich gibt es auch noch die Möglichkeit, das Lesen zu üben. Da gibt es so ganz kleine Fallbücher, zum Beispiel so spanische Lernkrimis, nutze ich sehr gerne oder auch die Zeitung Ecos zum Beispiel, also da gibt es ein großes, breites Material, habe ich alles, wie gesagt, unten hinzugefügt und dort kann man wirklich das Lesen üben. Eine weitere Möglichkeit, das Hören nochmals Verständnis zu üben, ist auch zum Beispiel, wenn man spanische Serien, spanische Filme oder auch allgemeine Filme und Serien auf Spanisch anschaut. Allgemein, egal für was Sie sich entscheiden von diesen Möglichkeiten, das ist wirklich eine breite Palette an Möglichkeiten. Man kann Einzelnes machen, man kann alles zusammen kombinieren, das Wichtige ist, dass Sie regelmäßig dranbleiben, dass Sie mit Durchhaltewillen lernen und dann ist es durchaus möglich, schon in sehr schneller Zeit großen Fortschritt zu machen. Ich persönlich habe gesagt, lerne momentan Spanisch, ich bin selbst überrascht, also positiv in dem Sinne, welche Fortschritte ich schon machen konnte und ich habe einige Methoden, mit denen ich Spanisch erlernt habe oder die ich getestet habe, wie gesagt, auf unserer Webseite marktwissen.net nochmal näher erläutert durch Erfahrungs- und Testberichte, sowie weitere spannende Lektüren, finden Sie unten in der Beschreibung. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und dass ihr Neues über Uruguay lernen konntet und dass euer Interesse in Uruguay größer geworden ist. Wenn ihr weiteres über Uruguay erfahren wollt, dann geht bitte auf unsere Seite oder sucht im Internet danach. Es lohnt sich definitiv. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann liked das Video, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Dann gibt es regelmäßig neue, interessante Videos von uns. Sowie, wenn ihr Erfahrungen bereits mit Uruguay hattet oder wenn ihr überlegt, nach Uruguay auszuwandern oder könntet ihr eure Vorstände nach Uruguay auszuwandern, dann schreibt dies bitte in den Kommentaren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen, gesegneten Abend. Adios, bis bald. Euer Alex von Marktwissen.